Liebe Gemeinde, Willkommen zurück bei unserer Zombie-Runde mit meiner Schwester Louv und dem Bärmo. Willkommen. Moin. Und wir haben zum Beispiel geschlagen. So, los geht's. Und wir klatschen noch mehr. Du sollst dich auf mich schießen. Ach, soll ich nicht? Nein, du hast es wieder vollkommen, voll verstanden. Ach so. Warum liegt der da? Mollys! Mollys! Pillen! Louv ist noch keine Pillen. Ja, dann lass mal noch. Hier sind noch mehr Lott. Hier sind noch mehr Mollys. Und noch mehr Pillen. Oh, ich habe keine Rottweil. Und eine Rohrbombe. Was? Meine, meine, meine. Okay, deine. Moment, 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 Moment. Moment, ich kann mal, ich kann mal. Wo, 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 wo? Da hinten, hier hinten da, unter dem Tisch. Beim Auto? Ja, unter dem Tisch. Beide. Hä? Okay, ich wohne jetzt hier. Ja, ich wünsche mir Spaß dabei. Ach, die Mietpreise sind mir doch zu hoch. Die Mietpreise. Oder die Standgebühr. Das kann man heutzutage kaum noch unterscheiden. Oh, ey, ich wurde... Nix da, ich... Da kam so ein Typ mit seinen langen Zungen an. Ich will mich aufhalten, wenn ich die Kasse plündern möchte. Nimm das Geld! Nimm das Geld! Da ist das Krankenhaus! Da sind 410 drin. So, warte mal. 4 was? Ein Ding für die Robombe. 410. Die beiden. Also... 4... 410 Tacken? Komm, du die eine, nicht die andere. 410. Noch besser. Noch besser? 410 Cent. Zweimal. Oh, ja. Dann sind wir bei 820 Cent. Boah, die sind reich! Smoke sent every day. Das ist mal nachher. Oh, 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 oh. So, uh, la, la, la. Können wir die Tankstelle nicht sprengen? Das weiß ich nicht, aber hier ist ein Olofuskopf. Aber ich hab noch einen. Man kann die Tankstelle sprengen! Nein, ernst! Ich mag das Spiel. Wir sollten es an die Wand stellen und hinberichten. Was? Wir brauchen aber den Lift hier. Ach, wir hätten die Tankstelle später springen sollen, glaube ich. Egal, ich hab Molly. Alles wird gut. Ja, Mann. Ich hab's Böbel erwischt. Hey, Bärma, bist du so ein bisschen kaputt? Oh, ja, wo du nur kaputt bist. Oh, da oben! Und da unten. Oh, guck mal, jetzt rennen die alle in die Brennen-Tankstelle-Reib-Verbrennen. Idioten. Ja. Okay, ich zünde jetzt mal den LKW da an, dann sollen sie sich überfreuen. Was macht ihr das? Ich, äh, muss ich mich noch mal rausrissen. Mein LKW. Viel Spaß da unten hier. Pisser. Nein, ich bin doch von der Frau. Nächster Hand. Ja. Äh, auf! Lo ist das und mir kippt's. Ah, ja, ich bin mal runter. Aua. Okay, jetzt müsste nochmal einer runterkommen. Okay, ich geh schon mal runter. Lo, du hältst das schon. Ich bin auch unter ... Ah, ha, ha, ha. Lo, du kannst doch etwas runterkommen, wir wollen es nicht mehr stellen hier. Aber spring nicht direkt rund. Das ist ... Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Nein! 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 Komm, hilf uns auch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab' die Bande von mir! Oh Gott! Ich dachte eigentlich mal, ich hab' das gesehen, wie ich da runtergesprungen habe. Nein! Hab' ich nicht! Was? Ich hab' noch einer gesehen! Okay, alle erst mal was geben hier. Lass' mir so ein paar Pillen reinpfeifen. Geck' auf bitte! Na schön, wir sind gut vorbereitet, der Witch durch zu begegnen. Peter! Wie, wieso?! Alle wollten sie Louis helfen und sterben dabei. Ich wollte ihm nicht helfen und bin nicht gestorben! Was lernen wir daraus? Dann denk' mal drüber nach, warum du nicht gestorben bist. ein schwarzer bot wir haben ein kleines problem hier sind noch wir haben uns gemacht das schon macht die Sache geht jetzt echt den Bach runter es glaubt keiner kann das so zu oh kommt der Hunter Luft hinter dir Pisser von einem Hunter dann nehmen wir die Treppe mal weiter runter an dem Hunter Kreper noch ein Stück Louis dran so ist die Witch in Höhe Au Hallo Gute Arbeit Die kommen gleich von oben hinter uns her Huuu Oder so So einer muss nicht vor Gar kein Problem Gar kein Problem Pappel Na Okay Warte 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 Hilfe Luft mal kurz hoch ich halte die Deckung Molly Ja 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 Kör mal wer da ist Ich hab Ich hab los gefunden Hey Louis alte Tüte ja Mal neue Tüte Ja 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 in so einem raum erlaubt das ganz alleine mich hat doch nicht erwischt ein paar pillen dann geht das schon wieder ich habe unterricht beim explain genommen der überlegt auch mit sich davon hinter luis war kann das irgendwo ja der ist dahinter ist hinter uns das der kommt durch die tüte der macht nichts mehr wer tut nicht mehr ist nicht ach mir ist wohl keine sorge so was war ich noch mal den zaubertrick zu das und das war mal munition nicht mehr da bei mir zum ende guck mal luf hat beine gefunden ja ja ich habe keine ahnung Oh, bitte, bitte, lasst mich schon an den Räumen. Bitte, 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 bitte. Bleib in eurer Scheiße! Oh, 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 oh! Smoked Reed everyday. Oh, guck mal, ein Rohrbomber. Oh, guck mal, Trill. Oh, ich wurde angekommen. So, warte mal kurz. Luf, hast du dir die Pillen gegönnt? Ich hab keine Pillen. Bärm hoch, kannst du Luf mal die Pillen rübergeben, die hat ein paar Lebensprobleme, glaube ich. Ja, ich kann dir meine gleich zu Kopf geben. Ah, da sind noch welche. Ja, ich hab sie nicht aufgenommen. Ach so, dachte. So, pass mal auf. Komm mal mit, machen wir mal was. Ich verarzte mich erst mal, sonst haben wir ein Problem. Das ist echt irre. Ne, hier ist auch nicht. Oh, shit. Oh, hier unten ein Take. Ich glaube es hat... Au, shit. Oh, shit. Reise! Au, 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 au. Auf, 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 auf. Oh, wir haben die Ballett! Erstmal an der Scheiße vorbeigehen. Hier ist eine Schmierscheiße. Ah, Louis wurde dazu geschleimt. Ah, nein, nein, nein! Ah, da kam der Peter aus dem Gerüst. Das ist schon wieder ein Starkrauch. Was haben wir denn hier hinten? Achso, du bist auch da. Ja, ich schau grad nur ganz kurz. Wir müssen ja irgendwo noch... Über Licht aus? Wünschen denn hier? Was ist Licht aus? Ja, ich schau grad nur ganz kurz. Munition gefunden. Ich hab Munition. Ja, ich brauch Munition, ich brauch Heilung. Äh, warte, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ah, danke. Ich hab nur Rohrbombe gefunden, die ruhig jetzt aber. Nein! So, Munition ist immer gut, weil das Snipergewerke... Lass mich verarschen! Die ist da und die ist direkt da hinten. Ja? Bamo? Schießst du mal drauf? Ich lad mal schnell nach. Okay, ich opfer mich. Nein! So, das war's. Genau das ist... So, 30 Temporal AP. Ich bin gut drauf. Und angekutzt. Die Wachtung sind immerhin verächtigt! Die sind von dir Ecke-Kämpfer-Kämpfer-Kämpfer-Kämpfer. So, sterbt. Erstmal nachlassen. So, aber warte mal, ich muss mal schnell was in der Option regeln. Und zwar das Audio. Ah, da musst du von mir ein bisschen runterdrehen, was? Ja! So, jetzt geht das doch ganz schon wieder. Ich glaub das war in den letzten zwei Folgen. In den letzten zwei Folgen... Äh, in den letzten zwei Folgen doch sehr Leute. Ich seh nix! Smoke, 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 smoke! Oh, was? Smoke und tot! Hunter! Next one! Next one! So, okay, da kommen wir nicht weiter. Scheiße! Na, erstmal in die Scheiße fallen. Na, hast du gerade etwa das böse Wort gesagt? So, ich lauf mal hier den kleinen Gang entlang. Na, 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 na. Flop, flop, flop. Flop, flop. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Wer hat denn da wieder auf dich geschossen? Hä? Hä? Oh, ne Tür! 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 Das ist doch unglaublich! Eckenkämpfer! Ich kann nicht sehen wohin, aber egal. Viel Spaß damit, ihr Pisser! So! Ich hab noch einen HP, ich bin super drauf. Ah, du hast wieder Louis erwischt. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen Marsch, würde ich sagen. Ja, ich kann dir leider keine Heilung nehmen. Ich weiß, ähm... Oh! Oh! Treppe, Treppe! Leiter! Ich hab unseren Ausgang gefunden. Ja! Müsste da mit meinem Krankenhaus! Da musst du... Was machst du drauf? Äh, ja, ich... Lauf doch ein bisschen lahm. Tenten, Krankenwagen! Da ist... Da ist ein... Das ist ein Gesundheitspack. Das brauche ich. Okay, okay. Warte, ich hol's dir. Ja! Hallo! Hallo! Ich bin kein Arzt. Smoker! Schnapp! Ich bin kein Arzt mit! Smoker! Schnapp! das ist auch glaube ich war bis ich doch einfach um hier weiß wie viel anzug kostet hat wie viel anzug kostet hat wahrscheinlich nicht großartig viel ich hatte nur die pistolen zur hand ich habe im ganzen magazin da reingeschmissen das heißt teil aber liebe gemeinde das war wieder diese folge voller zombie geschnetzte und wir sind zu seiner nächsten folge ist denn viel spaß und könnte man denn die schnauze hat ich will abmodusieren kapistisch so ist denn viel spaß und cheerio